So, in diesem Video werden wir uns mal anschauen, wie wir auf unsere Webseite ein paar Tabs einbinden. Das kennt man vielleicht von der einen oder anderen Webseite, dass wenn man hier oben raufklickt oder irgendwo anders, dass man vielleicht nicht auf diese bestimmte Stelle weitergeleitet wird oder auf eine komplett neue Seite, sondern dass die entsprechenden Inhalte ein- bzw. ausgeblendet werden. Wenn ich jetzt hier auf Einkaufsliste klicke, dann werde ich zu der Einkaufsliste nicht weitergeleitet, sondern die Einkaufsliste wird eingeblendet bzw. sichtbar gemacht. Und alle anderen Informationen wie Kontakt über uns und Bilder dementsprechend ausgeblendet. Wenn ich dann auf Kontakt klicke, dann werde ich halt eben diesen Text hier sehen oder bzw. die Section Kontakt sehen, aber Einkaufsliste über uns und Bilder werden dementsprechend ausgeblendet. So, und das werden wir heute machen. Ich zeige auch hier nur eine Möglichkeit unter vielen. Man kann ja variieren, wie man will, aber ich versuche das relativ einfach mal hier zu zeigen, wie man das machen kann. Dann, zuerst werde ich noch ein bisschen CSS mit einbauen müssen, damit halt eben die entsprechenden Sections angezeigt werden oder halt dementsprechend ausgeblendet werden. Das ist nicht wirklich viel. Und der aktuelle Link bzw. der aktuelle Inhalt soll hier oben nochmal farbig markiert sein. Das heißt, wenn ich auf Kontakt klicke, dann soll Kontakt zum Beispiel grün sein oder Bilder grün sein, je nachdem, wo ich halt gerade bin. So, das ist das Erste, was wir machen. Zuerst gebe ich dem ersten Link in meiner Nachbarn eine neue Klasse. Die nenne ich mal einfach, ich weiß ich nicht, Tab-Active oder sowas. Da könnt ihr euch da aussuchen, was ihr wollt. Dann haben wir hier schon die erste Section. In dieser Section gebe ich jetzt auch nochmal eine Klasse. Und zwar nenne ich die einfach Section-Active. So, speichern. Dann gehe ich schon mal rein in die Styles. Und das Erste, was ich hier mache, ist folgendes. Allen Elementen Section, alle Section-Elemente, die sollen gar nicht erst eingeblendet werden. So, dann mache ich also hier Display None. Heißt halt einfach, dass diese Elemente, die Section heißen, gar nicht sichtbar werden. Die sind zwar natürlich da, aber eben nicht sichtbar. So. Und nur die Section, die auch wirklich ausgewählt ist, also die Klasse Section-Active, die soll eingeblendet werden. Das mache ich mit Display und zum Beispiel Block. So. Ja, dann sehe ich hier jede Section, die also die Klasse Section-Active hat, die soll eingeblendet werden. Alle anderen sind dementsprechend nicht sichtbar. So. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich hier den Style für unseren aktuellen Link, den wir da oben dann auswählen. Das mache ich dann hier ein bisschen weiter unten unter meine ganzen Styles für die Navigationsleiste. Da mache ich dann Punkt Tab-Active. Und da gebe ich jetzt einfach diese Farbe zum Beispiel hier, die ich auch beim Hover-Effekt habe. So. Und damit das Ganze angezeigt wird, mache ich mir das ganz einfach. Ich mache hier einfach dahinter nochmal Important. Was das bedeutet, ist halt selbsterklärend, dass eben diese Styles so wichtig sind, dass die halt immer angezeigt werden. Sprich, die anderen Styles, die wirken würden, zum Beispiel hier, dass die Farbe halt weiß sein soll, die würden überschrieben werden, weil eben dieser Style wichtiger ist. So. Soweit, so gut. Erstmal haben wir das soweit vorbereitet, was CSS angeht. Jetzt gucken wir uns mal JavaScript an. Ich schreibe das hier darunter. Ich habe mir hier noch einen Kommentar gemacht. Section ein- und ausblenden. Und ganz kurz, was werden wir also machen? Wir klicken auf einen Link, ja, auf diesen Link zum Beispiel und auf diesen Link. Und der Klick auf diesen Link wird dann halt eben dementsprechend ein Event triggern, was dann eben diese jeweilige Section ein- bzw. ausblendet. So. Also, Dollar, Klammer auf, Klammer zu. Ja, machen wir wieder ein bisschen jQuery. Und jetzt können wir halt hier zum Beispiel mal uns anschauen. Wir können jetzt diese nav-Liste nehmen oder nav-List. Und dann li und a. Und so gehen wir dann weiter. Das heißt also hier, .nav-List. Wir können auch da einfach eine ID von mir aus auch vergeben, wenn wir das ein bisschen besser haben wollen. ID ist gleich nav-List. Machen wir einfach dazu. Dann erinnere ich das hier anstatt einen Punkt, mache ich dann einfach eine Raute. Dahinter li, dahinter la. Punkt. Und jetzt können wir entweder wieder on-Klick nehmen oder wir machen uns das auch wieder ein bisschen einfacher und nehmen direkt Klick, Klammer auf, Klammer zu, sieben Kolon. Da rein machen wir eine Function. Function, Klammer auf, Klammer zu. Und aber hier in diese Klammern machen wir jetzt erstmal e hin. Und dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, ja. Jetzt können wir noch ein bisschen auf dieses Event wunderbar reagieren. Und zwar haben wir hier e, Punkt. Und dann machen wir Prevent Default. Klammer auf, Klammer zu. Was jetzt passiert ist folgendes. Eigentlich würde ja folgendes passieren. Ich klicke jetzt auf diesen Link und ich werde ja weitergeleitet. Ja, so funktioniert ja eigentlich ein Link. Ich klicke darauf und werde dementsprechend entweder zu der Stelle geleitet oder auf eine neue Webseite. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Formular abschicke, wenn ich auf den Button klicke, der das Formular abschicken soll, ist ja klar, das Formular soll abgeschickt werden. Was dieses Prevent Default macht, ist folgendes. Das unterbietet, oder das unterbietet nicht, das unterbindet genau dieses Event, was ausgelöst wird. Ja, das heißt, ich klicke rauf und wir sehen, gar nichts passiert, weil eben das unterbunden wird. Und eben dadurch. Und das wollen wir ja auch eigentlich. Wir wollen nicht unbedingt zu dieser Stelle weitergeleitet werden oder sonst was. Wir wollen ja einfach nur hier das Ganze triggern und den entsprechenden Inhalt nur einblenden. Wir wollen ja nicht weitergeleitet werden oder sonst was. Ja, das machen wir einfach mit Prevent Default. So. Und heben halt hier eher als Parameter. Okay. So, das nächste ist folgendes. Wir müssen jetzt erstmal uns angucken, naja, wie kriegen wir denn jetzt raus, welche Section eingeblendet wird. Und das kriegen wir hier rüber raus und zwar über den Link, ja, wohin wir eigentlich geleitet werden sollen. Denn hier geben wir ja die ID an und die ID ist ja dementsprechend genau dieselbe. Ja, hier steht Hallo und hier ist auch Hallo. Und hier unten haben wir Kontakt und da oben steht ja auch Kontakt. Und so können wir halt eben herausfinden, welche Section denn jetzt angezeigt werden soll. So. Dann machen wir jetzt zum Beispiel jetzt erstmal var section ist gleich dollar, Klammer auf, Klammer zu und dann in Klammern this. Dann kriegen wir jetzt also das A-Element, das wir angewählt haben, Punkt A-T-T-R. Jetzt können wir jetzt ein Attribut rauswählen und welches Attribut wir nehmen, ist klar, wir nehmen href. Dieses Attribut brauchen wir, beziehungsweise wir brauchen ja den Inhalt von diesem Attribut. Und das können wir uns rausziehen, einfach hier das Ganze auswählen, speichern. Jetzt können wir zum Beispiel das Ganze schon mal uns ausgeben lassen, console.log.section. So, Konsole geöffnet mit F12. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann sehe ich, ja, diese jeweilige Section wird mir hier angezeigt. Okay. So, das klappt soweit. Jetzt können wir folgendes machen. Wir machen uns das wieder ein bisschen einfach. Wir wollen nicht unbedingt überprüfen, welche Section hat denn jetzt die Klasse section active und welche nicht. Was wir machen ist folgendes. Standardmäßig schmeißen wir erstmal jeder Section oder schmeißen wir einfach aus jeder Section die Klasse section active raus. Ja, dann wird erstmal jedes, jedes Section wirklich ausgeblendet. Das machen wir eben mit dem Selector section, damit wir jede Section auswählen. Punkt. Und dann haben wir hier eine Möglichkeit, eine Funktion aufzurufen und zwar remove class. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine CSS-Klasse zu removen. Und diese CSS-Klasse heißt section active. Was also gemacht wird, ist folgendes. Wenn ich hier raufklicke, dann wird jede Section oder aus jeder Section eben diese Klasse hier entfernt. So. Was wir jetzt machen ist folgendes. Dollar, Klammer auf. Und dann schreiben wir hier section rein. Punkt. Add class. Und dann machen wir jetzt auch nochmal den Namen rein. Und jetzt sehen wir schon das, was wir eigentlich haben wollen. Wenn ich hier raufklicke, komme ich zu der Einkaufsliste, beziehungsweise die wird mir eingeblendet. Wenn ich auf Kontakt klicke, wird Kontakt eingeblendet. Über uns wird über uns eingeblendet. Und bei Bilder wird Bilder eingeblendet. Und so weit, so gut. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist das hier. Ja, dass eben hier nochmal die jeweiligen Sachen da ein- und ausgefügt werden. Dass halt eben hier die Styles rüber wandern. Ja, von Einkaufsliste auf über uns und so weiter. Das können wir genauso wie hier machen. Machen wir erstmal jedem, können wir erstmal hier überall das Ganze entfernen. Dann kopiere ich mir das hier mal raus. Und dann wieder mit remove class. Tab active war das. Und dann da drunter. Dollar. This. Punkt add class. Und dann können wir jetzt wieder das hier rauskopieren. Und einfügen. Okay, sieben Kolon speichern. Ja, und wir sehen. Wenn ich hier raufklicke, ist das hier als aktives Element. Ansonsten das oder das. Und wenn wir uns das Ganze nochmal hier mit HTML uns mal anschauen. Wir sehen hier section active. Hier im Header können wir uns das Ganze auch nochmal ein bisschen angucken. Da haben wir unsere navbar. So, und da die jeweiligen Elemente. Und dann haben wir auch tab active. Und wenn ich jetzt hier auf Bilder klicke. Zack. Ist die Klasse hier. Und section active ist hier. Ja, das funktioniert also wunderbar. Mit ein paar Zeilen Code können wir jetzt hier Elemente ein- und ausblenden, die wir aufrufen wollen. Weil das Ganze kann man auch für andere Sachen verwenden. Wie zum Beispiel für so eine Art FAQ. Kennt man vielleicht auch. Man hat da irgendwo eine Frage. Klickt drauf. Und dann wird die Antwort ausgefahren oder eingeblendet. Oder wie auch immer. Ja, das macht man dann mit ein paar Animationen nochmal wunderbar. Wenn ich auf eine andere Frage klicke. Dann wird dort eben die Antwort eingeblendet und so weiter. Und das kann man nach dem selben Prinzip machen. Ja, dann macht man das anstatt hier mit so einer Navliste. Macht man da einfach andere Elemente. Aber das muss man mal selber ausprobieren und ein bisschen rumspielen. Aber grundsätzlich würde es nach dem selben Prinzip funktionieren. Wie halt eben hier. Wir haben halt eine Klasse. Die ist halt dafür da, dass eben Elemente eingeblendet werden. Und eine Klasse oder einfach irgendwelche Styles, die halt dafür sorgen, dass die Sachen gar nicht erst angezeigt werden. Naja, spielt einfach ein bisschen damit rum. Aber das hier erstmal so als grundlegende Funktion, dass man halt eben hier Sachen ein- und ausblenden kann, die man sich anzeigen lassen will. Und jetzt halte ich meinen